Ich schatz auf meine Nachbarn, ich rate richtig laut und wenn sie weiter klopfen, dann dreh ich noch weiter aus. Stasi raus. Wir drehen ein Video zum Nachbarn. Und ja, wir haben hier uns ein schönes, oder die Jungs haben ein schönes Hotel rausgesucht. Das ist sozusagen ein Ayran für Almans, oder? Was hast du mir denn an deine Haare gemacht? So knippen. Marlon Brando. Oh James Bond, ich hab dich gleich ja gar nicht gewusst. Ich bin Stiefensegal. Die Faust des Ostens. Das ist eine Minge-Vase. Was kostet? Schlubizekurv, 20 Euro. Hier ist die Asche vom ersten Besitzer drin. Hier ist die Asche drin, in der Minge-Vase. So habe ich lieber sagen, klar. Wenn ich hier vorliege, oder so irgendwie. Und man kann so eine Kamerafahrt machen. Auch mit den Füßen denn so, dass das richtig lang aussieht. Wisst ihr, dass ihr so ran gefahren kommt und ich so auf meine Anlage zeige. Abfahrt. Puls 118. Ich bade im Schweiß. Jeden Tag dreh ich frei und ich schlag alles klein. Volume auf Max. Damit sorgen ich. Ich krach. Schlamm den Rücken auf der Kick. Ey, von morgens bis nachts. Der Bass und der Vibe. Meine 18.1. Immer Nachbarschaft. Einwegen Schwachsinnigkeit. Und wenn die wollen kloppen, dann dreh ich erst richtig auf. Die Gastronom-Teilfläche. War das euer Job hier? Wenn es gerne gesteuert, stehen und immer den kleinen Knopf drücken. Ist das DJ? Ist das scratching? Ist das DJ? Ich rieche richtig raus. Und wenn's die Weite tropfen, dann dreh ich's noch weiter auf.